Hallo zusammen, hier sprechen wir über ProTechLine, ein wichtiges Software-Modul aus unserem SmartLine-Programm. Pascal Schröder, er koordiniert die Entwicklung, erklärt uns heute, was ProTechLine kann und wozu es gut ist. Pascal, wir sind gespannt. Danke Morena. ProTechLine ist ein System zum präventiven Maschinenschutz. Präventiv, also vorbeugend, verhindert ProTechLine-Kollisionen, beispielsweise durch Fehlbedienungen oder fehlerhafte CNC-Programmierung. Systemgrundlage bildet ein digitaler Zwilling, also das digitale Abbild der Maschine. Dieser digitale Zwilling beinhaltet neben der Maschine alle wesentlichen Komponenten wie Werkzeug inklusive Werkzeughalter, Werkstück inklusive Werkstückhalterung, sprich Vorrichtung. und bildet dadurch die Maschine vollständig ab. Zusätzlich verfügt ProTechLine über eine automatische Abtragssimulation. Das heißt, die Geometrie des virtuellen Werkstücks entspricht jederzeit der des realen Werkstücks. Eine am Markt einzigartige Modellqualität. Und was hat das nun mit Maschinenschutz zu tun? Das erkläre ich dir natürlich gern. Die Maschine hat eine in die Steuerung integrierte Vorschau und kennt dadurch ihre eigene Zukunft. Das heißt natürlich nicht, dass sie hell sehen kann, aber sie weiß genau, was in den nächsten 800 Millisekunden passieren wird. Und das nutzen wir aus. Komm, ich zeig's dir. Siehst du den Schatten? Ja. Während der Bearbeitung fährt der digitale Zwilling der realen Maschine um 800 Millisekunden voraus und kollidiert dadurch im Zweifelsfall zuerst. Die Maschine wird sicher stillgesetzt und eine Kollision dadurch verhindert. Cool, aber so kann das Werkzeug das Werkstück ja gar nicht bearbeiten. Ja, so nicht. Hier greift ein entsprechendes Regelwerk. Beispielsweise dreht sich die Spindel, passt die Bearbeitungsrichtung zum Werkzeug, um nur einige zu nennen. Großes Augenmerk legen wir von der Chiron Group auf die einfache Handhabung unserer Produkte. Beispielsweise ist Protectline kompatibel zu üblichen CAD-Datenformaten. Das ist nur einer der Vorteile. Apropos, schon mal eine bessere Arbeitsraumkamera gesehen? Wow! Nein, du kannst hier so zoomen und drehen in jedem Winkel. Genau. Protectline gibt dem Kunden zusätzliche Sicherheit in jeder Lage. Dadurch erreicht er eine höhere Verfügbarkeit und letztlich eine weiter gesteigerte Produktivität der Maschine. Was will man mehr? Ich möchte dich an, wie du siehst, wie du siehst, sich an. Du kannst mich an, wie du das hierhst, wie du siehst, wie du siehst, wie du siehst. Ich hoffe, du siehst, wie du siehst. Du kannst dich, wie du siehst, wie du siehst. fourn.